Der Metzger, die wir wünschen, Präsident der globalischen Anwärtskammer, Standort und ein wichtiger Wünscher, einfach ein Wünscher wohl. Das Wünscher überreicht mir mein persönliches Anzeigzeug, die Wechseln, das Vinyl, die neuestem Gummisheier ist der Selle dabei. Jetzt kommt der erste Mal ein Sieg von oben, jetzt gerade mal, die Direktor Lager aus Nürnbergrein, was er mit dem Gummisheier ganz lange geschieht hat. Ich habe der Leib heute gesagt, das ist auch ein wunderbares Schnell, das ist eine gescheitliche, zurückhaltende Bräuer rein. Ich habe immer gesagt, dass ich keinen Gummisheier habe, aber es wird am liebsten genommen werden. Es ist ein Hauswärts hier im Hessen-Bärmauer-Grünfest, der begrüßt den Festwerk, dieses wunderbare Zeltes, der mit seinem Berufszeit einen Haufen von euren Bierbein bedankt worden hat, und es ist ein wunderbares Zelt. Lieber Peter, herzlichen Dank für die schöne Zelt. Was sagst du zu deinen Gästen? Ich wünsche allen Festgästen, wir haben wirklich viel Spaß in uns gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Und jetzt kann ich dann eigentlich nur so weit sorgen, dass man heute in der Nacht noch schönste, wie uns sagt, ist. Also ich wünsche euch viel Spaß, wir danken euch an alle Gästen für unsere Zeltes. Und jetzt ist es auch für ein bisschen, dass ich einen Dänischen-Bärmauer-Mann in der Nacht noch nicht kenne, ich wünsche euch viel Spaß, wir haben wirklich viel Spaß. Wir haben jetzt nochmal eine Rhymzech�ung, wir haben 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 eine Rhymzech baulich, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt begrüßt Sie der Schirmherr, der leider aufgrund der schlechten Widerlage etwas später gekommen ist. Sehr geehrter Herr Radliger, meine Damen und Herren, ich mache das ganz kurz, weil ihr seid ja nicht da, dass ihr so lange Rede hört, sondern ihr seid da, damit ihr jetzt den ersten Tag des Frühlingsfestes genießt. Und ich muss schon sagen, wir haben vor zwei Tagen bei der Pressekonferenz noch geblieben wird, dass das Wetter wird. Und Sie, Herr Radliger, haben ja gesagt, im Vertrag reingeschrieben haben wir es eigentlich, dass jetzt jeder Tag schönes Wetter sein soll. Jetzt ist es anders, kommen wir. Ich bin auch noch selber ein bisschen nass geworden jetzt. Aber in der Zeit, das ist jetzt wurscht. Das hätte ich gesagt, scheiß drauf. Das darf man mittlerweile ja bei einer Volksfest-Eröffnung auch sagen. Und in diesem Sinne sage ich einfach ganz kurz, das 51. Münchner Frühlingsfest ist eröffnet. Prost! 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 für unsere Ehrengäste. Und nein, natürlich, Herr Bürgermeister, die es beim ersten Mal nicht so ganz geklappt hat. Haben wir uns natürlich erlaubt, Ihnen an diesem Abend, an diesem Tag eine Erinnerungsmahe mit allen vier Brauchereien, mit allen vier Werten, mit den Schaustellern von der VLS, einen Schirm, der Sie und uns immer gut behüten wird. Danke für die Schirmherrschaft. Wir sind stolz auf unseren Bürgermeister. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017